Guck wieder Kup! Oiaaa! Guck dir mal daaaaa! Hi! 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 Was ist schonmal traditionell Japanisch Essen? Also welchen Tischen hier? Da hat wer gehustet. Hast du nicht noch eine zweite? Entschuldigung! Es ist egal. Bis zu vier Spiele. Und das kennt vermutlich gar nicht mehr von euch. Sogenannte Controller-Anschlüsse. Schau mal, das hier nennt man Stecker. Pass auf, es geht jetzt relativ schnell, deswegen einmal gut aufpassen. Zack. Der muss da rein. Und dann durch dieses, das nennt man Kabel, hat dann der Controller quasi eine Verbindung zu der Konsole. Total abgefahrener Scheiß. Digger, du kannst nicht auf den Tisch rauf hier. Ich habe jetzt gewechselt von guter Kameraführung zu kreativer Kameraführung. Ich kann hier komplette Melodie von Mario flüten. Hier, flöte die mal. Unverkennbar. Ich danke dir dafür. Ich habe das Gefühl, wir haben heute so einen richtigen Projektabend irgendwie. Ja, irgendwie schon. Dann machen wir was. Dann machen wir was. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir morgen eine Band gegründet haben. Ich versuche ganz schnell runter zu gehen. Ja. Ich versuche auch eine Schere zu holen. Wir können mal gucken, wie lange das dann dauert, okay? Okay. Wie lange ist es gedauert? Scheiße, das wird so nix. Fuck, Alter. Fuck, fuck. Okay, Leute. The moment of truth. Press the button. It's happening. Jetzt muss ich nur noch den Aspect Ratio des Seitenverhältnisses einstellen. Aspect Ratio. It's me. Super Mario. Das ist ein nices Bild, Alter. Das sieht eigentlich auch ganz okay aus, oder? Für die Verraschen auch. Was mir denn etwas Schlechteren gegeben? Das war super. Ibiachi. Ey, guck mal, Donkey Kong, ey. Nein! 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 Bis zum nächsten Mal.